Das Management einer Edeka-Filiale in Brandenburg hat ihren Mitarbeitern das Tragen eines T-Shirts verboten. Die Metzger in dem Edeka-Markt hatten sich im Internet das T-Shirt mit der Aufschrift Hart wie Stahl, zäh wie Leder, das sind die deutschen Fleischzerleger bestellt und damit Kunden bedient. Dieser Spruch ist jedoch angelehnt an ein Zitat von Adolf Hitler. Für ihn sollte die Jugend flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl sein. Ein Kunde des Marktes beschwerte sich beim Kundenservice, wie die Potsdamer neuesten Nachrichten berichteten. Daraufhin sorgte Edeka dafür, dass die Mitarbeiter wieder ihre normale Arbeitskleidung, eine weiße Jacke mit Edeka-Aufschrift trugen.